yo leute ich habe mir gerade in meinen kopf reinkommen und musste ein paar videos wieder machen wir haben viele videos auf mein handy drauf aber ich habe das gar nicht mal so für youtube gemacht ich habe einfach nur videos gemacht und auch speicherkarte haben wir auch noch genug aber ich habe gar keinen bock auf gar nichts deshalb habe ich jetzt 580 videos gelöscht von meinem handy und heute drehen wir ein video 20 minuten oder so aber jetzt glaube ich schon fast eine minute ich muss mit handy drehen ich bin gerade am netflixen nicht am wixen sondern am netflixen alle und das beste ist ich habe doch dann wieder jetzt ein video reingehauen zwei und community meine band die community ups muss ich nicht vorziehen meine band die community die sagt junghalla warum hast keine neuen videos machen mal neue videos und so sag ich denen okay ich habe doch ich musste ich mache ich wollte einen seriös machen einer ich habe bei magna gearbeitet so eine auf arbeit erst mal lieber dings festvertrag und so fail hat nicht geklappt mädels weil so eine ratte ich darf nicht beleidigen ich muss mir merken nun darf nicht beleidigen weil mussten klicks generieren und wenn man beleidigt danach kann man nicht so viel kriegt scheiße scheiße auch beleidigen wir beleidigen nicht man beleidigt nicht weil man nicht beleidigt wenn man so erzogen wurde und nicht weil man dann aus youtube also von youtube ärger kriegt oder so okay in dem sinne zeige ich euch mal eine ventilatorlampe nehmt sie mal alle deftig alle muss gucken heute kommt dein und wir haben samstag auf jeden fall haben wir samstag samstag saturday heißt es auf englisch saturday morning gar nicht geschlafen und zwei tage keine spezialzigaretten rauchen für clean werden aber ich brauche meinen führerschein abstinenten nachweis einfach mal so ein scheiß abstinenten nachweis auf jeden fall bin ich schon zwei minuten 30 wenn ich schon gesagt habe 20 minuten für den tag dann glaube ich muss mal aufhören zu filmen mädels und immer alle deftig wir sind wieder im haus keine arbeit sie müssen jetzt mit youtube geld machen und ich habe gesagt ich mache 22 minuten video mindestens wir haben jetzt schon die flüge haben gegangen 19 uhr 26 ich habe mich noch nicht von ihr bewegt hätte höchstens für wäsche aufhängen video machen können und die leute wollen ja dem und nicht so viel reden hören weil ich rede ich kann so viel reden mädels jungs eher für die mädels rede ich nicht so viel ich könnte die macht das muss man ja auf was wollten wir sagen wir wollten ein paar leute grüßen dr cornflakes wir sind wieder da mein freund dankeschön ja für diese harris henner ist auch killer wer ist noch killer hanover bub natürlich leben wir noch und da kommt wieder bald was mein freund dankeschön an euch ja dominik favela auch matik tv gibt dir aber dago auch killer weil habe ich noch vergessen haben natürlich junge wir sind da aber nur heute habe ich das nicht klar ich glaube ich mache diese video mit ein bisschen grüßen und noch drei minuten oder so machen wir heute rein aber morgen liefere ich richtig jungs mädels opas omis goran sagt kines bitte kines meinte ohne bitte ich habe ihnen nur das bitte gesagt und mädels ich habe euch alle gern und jungs lasst die mädels in ruhe oder goran die mädels ohne gummi nehmt ihr alle deftig wir machen über schluss vier minuten video machen wir aber ich muss das schneiden dann habe ich doch diese wasserzeichen von dieser app drinnen hätte ich lieber go program jungs mädels opas wir sind wieder da aber ich bin nicht so ganz fit bin seit zweieinhalb mord eine richtige deprive phase naja habe ich mit mir selbst auszumachen ich muss nur videos liefern immer grau ist der wichser geworden aber trotzdem dankeschön an die leute noch mal die sagen was los keine videos mehr und so natürlich videos wir haben kein geld wir müssen noch geld machen nimmt den deftig